Hallo, ich heiße Gregor Wozik. Ich bin hier nach Arnheim eingeladen. Es ist zu laut hier, aber ich freue mich, wenn es laut ist. Ich bin hier eingeladen, weil wir haben ein schönes Straßenfestival, schon immer gewesen, da habe ich viel davon gehört. Und ich freue mich, hier in Arnheim dabei zu sein. Wir haben diesmal das Thema Olympia und da habe ich mir eine Vision ausgedacht, nach Olympia zu fahren, muss man fleißig sein, fleißig arbeiten. Um das Beste zu sein, muss man einfach fleißig sein und gut arbeiten. Und das Symbol für die beiden Sachen sind meiner Meinung nach Armeisen. Die sind fleißig, die arbeiten, die tragen Sachen, die schwerer sind als eigenes Gewicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Symbol für Olympia und Symbol für Fleiß und Arbeit. Und dann habe ich mir ausgedacht, dass die Ameisen bauen, Olympia-Ring und natürlich auch ein Podium, wo auch Symbol ist für Wettbewerb, für Meisterschaft. Und natürlich wollte ich auch mal sagen, dass ich sehr zufrieden bin hier in Anheim. Wir haben, wir sind versorgt für alles Mögliche, was wir brauchen. Wir brauchen nur normale, weil auch Farben haben wir bekommen. Wenn ich schon mal dabei bin, Amsterdam ist eine gute Farbe. In dem Sinne, ich bräuchte die Farbe, weil ich male mit Farbe. Aber Kollegen, einige Kollegen von uns haben auch Kreide benutzt, von Van Gogh. Ich bevorzuge Rembrandt-Kreiden. Aber das ist speziell für pastöse Sachen, je nachdem auf welchem Material man arbeitet. Van Gogh ist besser für Strichtechnik auf hartem Papier. Und Rembrandt ist pastöser. Man kann super Übergänge schaffen, vom Dunkel auf hell. Also besonders für mich. Nur in dem Fall habe ich jetzt Kreide nicht gebraucht. Aber damit bin ich zufrieden. Ich habe eben gebraucht, die fünf Koloren für die Olympische Ringe. Ja, fantastisch, dass ich das jetzt sozusagen den Rest behalten kann. Dankeschön. Ah nein. Perfekt. Perfekt. Man, you're good. Und da, wie ist das? Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich.